Musik Zu Gast ist heute bei uns Christoph Plaß. Herzlich willkommen, Herr Plaß. Vielen Dank, Herr Puttel. Danke für die Einladung. Ihr Vater hat 1956 in Melbourne eine Olympische Medaille gewonnen. Erzählen Sie uns einmal, wie es dazu kam. Ja, das ist tatsächlich ja schon ein bisschen her. Er war Mitglied der deutschen Hockeymannschaft 1956 und hat Bronze gewonnen. Damals war Hockey noch sehr dominiert von den Pakistani und Indern und sie haben als Dritter dann die Bronzemedaille gewonnen. Und damit ist er, glaube ich, einer der ersten Medaillengewinner nach dem Krieg gewesen für Hamburg. Nun laden wir ja nicht jemanden ein, nur weil der Vater mal eine Olympische Medaille gewonnen hat, aber die Olympischen Spiele in Paris fordern ja auch nun Ihren ganzen Einsatz, räumlich insbesondere auf der schönen Dachterrasse der Handelskammer. Was machen Sie denn dort? Ich bin dort tatsächlich als Team der Stiftung Leistungssport, Teammitglied der Stiftung Leistungssport aktiv. Wir sind ein kleines Team von fünf, sechs Leuten, organisieren dort die Team Hamburg Lounge. Das ist so eine Art After-Work-Networking-Veranstaltung von 15 bis 22 Uhr immer, bringen dort Wirtschaft, Politik, Kunst, Gesellschaft und den Sport zusammen, haben dort sozusagen die Olympischen Spiele im Blick und talken dort mit Experten über die Ergebnisse, über generelle Themen des Sports und haben ja ungefähr zwischen 80 und 120 Gäste immer mal wieder dort zu Gast, die es eint, dass sie Interesse am Sport haben und den Olympischen Leistungssport verfolgen. Was macht denn die Stiftung Leistungssport in dem komplexen Geflecht der deutschen Sportförderung? Die Stiftung Leistungssport wurde vor 20 Jahren gegründet, noch im Kontext mit der Hamburger Olympia-Bewerbung. Sie fördert die Athleten in Hamburg, Athletinnen und Athleten, ab einem gewissen Nachwuchskader, Bundesnachwuchskader. Wer also bei einem Hamburger Verein angesiedelt ist, den Olympiastützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein gemeldet ist und eben einen gewissen Kaderstatus hat, der kann Mitglied des Team Hamburg werden und bekommt eine Förderung von der Stiftung Leistungssport. Das ist sozusagen die regionale Grundförderung, die dann durch andere Fördermaßnahmen, wie die Deutsche Sporthilfe nachher ergänzt wird. Und wir organisieren allerdings auch das Team Hamburg mit, machen Netzwerkveranstaltungen, bringen die Athleten mit der Wirtschaft zusammen. All das, was man versucht, um die Olympischen Athleten und die zukünftigen Olympischen Athleten gut zu vernetzen, sie in ein gutes Licht zu bringen, das ist das, was wir mit der Stiftung Leistungssport fürs Team Hamburg machen. Der Begriff Stiftung sagt es ja schon, es gab sicherlich mal Stifter und auch ein Stiftungskapital. Wie finanziert sich die Stiftung? Die Stiftungsgeber sind die Stadt Hamburg, die Active City Hamburg und die Handelskammer. Wir sind angesiedelt mit dem Büro in der Handelskammer. Und die Fördersumme für die Hamburger Athleten kommt aber zu großen Teilen durch die Hamburger Wirtschaft zustande. Wir akquirieren Förderpakete von unterschiedlichen Unternehmen, haben da angefangen vor zwei Jahren mit einer Eigenvermarktung, sind jetzt mit dem Claim Schulterschluss der Hamburger Wirtschaft für den Leistungssport sehr erfolgreich gewesen. Für diese Spiele und hoffen das auch für L.A. 2028 zu sein, haben eine wirklich schöne Familie von Hamburger Unternehmen gefunden. Mit der Helm AG, mit Hapag Lloyd, mit Mercedes-Benz Hamburg, mit Reiherschrauben, mit Bijou Brigitte. Also es sind ganz viele Hamburger Unternehmen, die ihr Herz für den Leistungssport irgendwo dort zeigen und sagen, wir unterstützen die Sportler mit einer gewissen Summe pro Jahr und die sammeln wir halt ein. Und inzwischen ist das sehr gut, funktioniert das extrem gut. Und diese Unternehmen nutzen dann auch während des Spiele die Lounge auf der Handelskammer, um mal die Wettbewerbe zu sehen und sich selbst zu vernetzen? Richtig, genau. Also wir haben Lounge-Pakete, die an die Partner gehen. Wir haben allerdings auch eine Zahl von Business-Club-Mitgliedern. Wir haben auch einen Business-Club, wo man Einzelmitglied sein kann. Man muss also nicht als Unternehmen ein Partner-Paket erwerben, sondern man kann auch mit einer Fördersumme von 1.000 Euro im Jahr Business-Club-Mitglied bei uns werden. Auch da sind sehr viele dort und kommen dann mal mit einem Geschäftspartner vorbei und gucken sich die Atmosphäre an, gucken sich den Sport an, hören sich die Talks an. Und wir haben im freien Verkauf ebenso Tickets, weil es eben als Networking-Veranstaltung auch von anderen, die jetzt vielleicht noch keinen direkten Draht in die Stiftung oder ins Team Hamburg haben, genutzt wird. Das ist ja kein klassisches Sponsoring, wie man es aus dem Profifußball meinetwegen kennt. Ein Sponsor, der dann auf dem Trikot oder an der Bande sich wiederfindet. Was ist der Mehrwert für die Wirtschaftsunternehmen, die sich daran beteiligen? Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, wie sie das inzentivieren. Wir haben tatsächlich doch Trikots von der Stiftung Leistungssport, vom Team Hamburg gibt es eine Ausstattung. Da sind dann natürlich Partner drauf. Wir haben jetzt bei der Lounge natürlich auch Backboards und so weiter, wo wir die Partner darstellen, auf unserer Website, in Social Media. Aber es geht dann auch ganz viel darum, zum Beispiel mal mit Sportlern ins Unternehmen zu kommen, dort die zu präsentieren, deren Leben als Leistungssportler, was sie auszeichnet. Es ist ja immer ganz spannend, wie motivieren sie sich in einem Wettkampf, wenn es mal nicht so läuft. Und darüber können die zum Teil extrem gut reden und können extrem interessante Aspekte bringen, die dann auch für das Unternehmen spannend sind. Dann haben wir Veranstaltungen wie ein Charity-Golf-Turnier einmal im Jahr. Wir haben ein sehr spannendes Indoor-Soccer-Turnier im Börsensaal der Handelskammer, was wir einmal im Jahr machen, wo dann dieser ehrwürdige Saal plötzlich mit zwei Indoor-Soccer-Korts ausgestattet wird und wir das als Unternehmens-Turnier machen, wo wir letztes Jahr, glaube ich, innerhalb von einem Tag ausverkauft. Das ist so. Also wir haben verschiedene Highlight-Veranstaltungen im Jahr, wo wir die Partner präsentieren und wo die Partner auch von profitieren, weil sie eben dorthin gehen können, ihre Angestellten oder auch Geschäftspartner mitbringen können. Und das funktioniert ganz gut. Die Athleten brauchen ja so eine Stiftung, weil ich glaube von den Olympischen Sportarten ja die wenigsten von Profis ausgeübt werden. Welche Elemente gibt es denn sonst noch? Wie finanziert sich denn ein Athlet, wenn er ein gewisses Alter erreicht hat und tatsächlich auf dieser Ebene Wettkampf betreiben will? Das ist immer ein sehr individueller Mix tatsächlich. Wenn man fair ist, muss man sagen, die Elternhäuser sind immer noch einer der größten Sponsoren bis zu einem bestimmten Punkt. Dann haben wir neben den regionalen Sportförderern eben die Deutsche Sporthilfe, die im Jahr ausschüttet und die auch, ich sag jetzt mal für Olympiakader, das ist schon sehr ordentlich, sehr ordentliche Summen generiert. Wenn man ein Hockeyspieler in der Eliteförderung plus Prämie etc. pp. ist es dann schon bei einer guten Monatsförderung von 1500 bis 2000 Euro. Das ist aber schon sehr, sehr weit oben angesiedelt. Also da kann man sich, kann man sehen, nur dadurch ist es schwer zu überleben. Es gibt dann eben den Mix mit eventuell nochmal einem privaten Sponsor, meistens aus dem eigenen Verein. Der Verein tut auch sein Übriges, hilft vielleicht bei der Wohnung, beim Auto. Dann wird es aber langsam eng. Dann ist es schwierig und also Leistungssportler im olympischen Bereich, nehmen wir mal Profis wie im Tennis, im Golf mal raus. Aber in den Sportarten, wo eben kein Profitum etabliert ist, Profitum übrigens im Wirtschaftlichen, weil Profis sind die alle, so wie sie ihr Leben gestalten, so wie sie für den Sport agieren, haben die gar keine Chance, irgendwas anderes nebenbei zu machen. Eigentlich. Im größten Fall ist es aber doch immer so, dass die noch ein Studium nebenbei vorantreiben und ja auch teilweise schon Familie haben. Also die müssen ihr Leben irgendwie finanzieren. Und das ist eben oft so, dass, wenn man so gerade über die Runden kommt, während der Leistungssportkarriere auf jeden Fall nichts da ist, um nachher davon zehren zu können. Aber das ist dann doch auch etwas, was über dieses Team Hamburg sozusagen eine Hilfestellung bieten kann, weil Sportler, Athleten, Athletinnen, Sportlerinnen und Sportler mit Unternehmen, also potenziellen Arbeitgebern in Kontakt kommen. Ja, exakt. Das ist ein wichtiger Aspekt. Sowohl, also eigentlich beidseitig. Sportler sehen dort, welche Chancen es gibt, haben vielleicht mal die Chance, irgendwo ein Praktikum zu machen, haben vielleicht die Chance, mal tatsächlich ein Traineeship irgendwo zu starten. Und umgekehrt sehen die Unternehmen eben auch, und das kriegen wir immer wieder gespiegelt, was für spannende Mitarbeiter Leistungssportler sind, weil die ein unglaubliches Zeitmanagement haben, eine Eigenmotivation, eine Teamfähigkeit. Das sind alles Qualitäten, die letztlich dann dazu führen, dass ein Unternehmen sagt, den möchte ich gerne oder die möchte ich gerne in meinem Team haben, für die interessiere ich mich, die gucke ich mir vielleicht die Jahre an und versuche die schon mal an mein Unternehmen zu binden, solange sie noch im Profisport sind. Und wenn man sich dann den Lebensweg anguckt, bis ich bei den Olympischen Spielen bin, das ist ja ein weiter Weg. Es beginnt wahrscheinlich damit, dass man im Verein oder in der Schule einen Sport ausübt. Und wie entwickelt sich das dann? Warum gehen manche zum Fußball, manche zum Fechten? Und wie hat sich das über die Jahre entwickelt? Seit 1956? So weit kann ich ja nicht zurückblicken, weil da war ich noch nicht geboren. Aber es ist natürlich schon so, dass das Elternhaus prägend ist, was Sport angeht. Es ist oft so, dass die Eltern die Kinder zu dem Sport bringen, den sie selber mal betrieben haben. So kommen wir dann zu so spannenden Familien wie jetzt Zeitlers oder also im Rudersport gerade Olympiasieger oder eben die Familie Keller im Hockey, die von der Großvater- bis zur Tochtergeneration Gold und Silber en masse gewonnen haben. Dann ist die Schule ganz wichtig und da muss man dann allerdings sagen, fängt es eben in Deutschland auch an. Der Schulsport müsste einen höheren Stellenwert bekommen, sowohl personell als auch von den Zeiten her. Denn da werden die Grundlagen gelegt. Wenn man weiß, wie viele Kinder inzwischen in die Schule kommen, die nicht mal rückwärts laufen können, geschweige denn Purzelbaum, dann sind die Kitas und die Kindergärten eigentlich auch schon wichtig. So, da werden die Grundlagen gelegt, auch für die allgemeine motorische Ausbildung und dann haben die Vereine eigentlich den größten Anteil letztlich dann an der Ausbildung der Talente. Und bei uns geht es so, ja, in der Regel mit zwölf, schon sehr früh, 14 in die Landesförderung und dann eben in die Bundesförderung mit 16. Das sind so die normalen Prozesse. Wenn jemand sehr talentiert ist, wird er auch oft schon mal ein bisschen früher gescoutet. Und ja, was es ausmacht, ob die Kinder jetzt fechten oder Fußball spielen, ist immer schwer zu sagen. Natürlich ist Fußball durch die Präsenz, auch in den Medien und auch, wenn man ehrlich ist, die Einfachheit, weil jede Gemeinde baut lieber 10 Fußballplätze, weil sie weiß, damit macht sie alles richtig, als eine Fechthalle, um das jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, dann landen natürlich doch sehr viele Kinder beim Fußball. Und da ist es dann eben eine Frage der Attraktivität, dass man sagt, ich schaffe es, dass mein Kind oder mein Kind findet einen anderen Sport spannender, weil. Und weil kann jetzt sein, weil es in den sozialen Medien eine andere Sportart kennengelernt hat, weil die Freunde in einer anderen Sportart sind oder eben, weil in der Schule diese Sportart sich etabliert hat, was ja in Zeiten, wo wir eine Schulbetreuung bis 17, 18 Uhr haben, eben auch eine Möglichkeit ist, dass die Sportarten mit Trainern in die Schulen gehen und dafür sorgen, dass die Kinder dort Kontakt mit der Sportart bekommen. Was muss dazu kommen, damit ein Kind dann auch wirklich diesen Weg geht und sagt, ich fokussiere mich da auf. Leistungssport setzt ja dann auch voraus, dass ich gewisse Dinge hinten anstelle. Da muss ja das Umfeld stimmen. Wahrscheinlich müssen Trainerinnen und Trainer die Möglichkeit haben zu motivieren. Ist es womöglich schon die Aussicht, mal eine Goldmedaille zu bekommen oder vielleicht sogar mit Sport Geld zu verdienen? Das ist so, dieser Punkt ist ja manchmal schwer zu definieren. Ich glaube, die Aussicht mit Sport Geld zu verdienen, spielt bei Kindern überhaupt keine Rolle. Das mag bei Eltern eine Rolle spielen. Wir kennen diese ehrgeizigen Fußball-Tennis-Eltern, die genau damit ihre Kinder in den Sport bringen und sagen, der ist so talentiert oder die, das wird auf jeden Fall mal ein Medaillengewinner oder die kann man mit dem Sport Geld verdienen. Bei Kindern ist das, glaube ich, ganz anders. Da geht es darum, wie cool ist es, was machen meine Freunde, komme ich damit klar bei meinen Freunden, selbst wenn es dann etwas ist, was meine Freunde nicht machen, werde ich gehänselt oder kriege ich Anerkennung. Und wie ist das Umfeld im Sport? Also diese Clubfamilie an sich ist der Vereinssport in Deutschland eine wirklich gute Sache. Darum beneiden uns auch viele, die es im Gesamtsport vielleicht sogar ein bisschen besser haben wie die Amerikaner. Der Vereinssport ist etwas, was dann, wenn es funktioniert, eben Kinder auch ganz lange im Sport hält und für den Sport begeistert. Sie haben eben schon den Vergleich gebracht zu den amerikanischen Systemen. Wie ist denn die Förderung oder wie ist der Weg eines Talentes in anderen Systemen verglichen mit uns? Was ist vielleicht besser, was ist nicht so gut in anderen Ländern? Also es ist auch da ja sehr unterschiedlich. Also wenn man jetzt mal Nationen wie China, Japan, Korea nimmt, wo die Kinder schon ab ganz, ganz frühem Alter sehr, sehr stark getrimmt werden, da ist es dann ja auch schon sehr fragwürdig, ob das der richtige Weg ist, auch wenn er sehr, sehr gut funktioniert. Und in so Sportarten, wo es auf unzählige Wiederholungen ankommt, ich sage jetzt mal Trumspringen, wahnsinnig gut funktioniert. Es wäre nicht mein Weg, ehrlich gesagt, wenn ich an meine Kinder denke, finde ich nicht richtig. In anderen Ländern ist es halt unterschiedlich. In den USA ist halt zum Beispiel dieser Schul- und College-Sport fokussiert auf bestimmte Sportarten und die sind halt schon sehr, sehr attraktiv organisiert. Also wenn man sieht, wie dort in bestimmten Sportarten, die bereits die College-Ligen funktionieren, das ist besser, das ist besser produziert und unterstützt als hier manche andere Sportart, die deutlich höher angesiedelt ist. Es ist halt wirklich etwas, was auf das jeweilige Land passen muss. Und ich bin mir immer nicht sicher, ob wir hier dann ab einem bestimmten Alter falsch abbiegen, sodass es eben etwas schwieriger ist, hier tatsächlich den Leistungssport so weit voranzutreiben. Ich glaube eigentlich, dass das deutsche System gut funktioniert, dass aber die Aufmerksamkeit auf der einen Seite für die Sportarten deutlich erhöht werden müsste und dass auch mehr Geld ins System kommen müsste, um eben die Strukturen, die Infrastruktur, die Unterstützung zu verbessern. Das ist wichtig. Das Geld, wenn Sie sagen, haben Sie so ein Gefühl, wenn man in die USA guckt oder nach Deutschland guckt, wie so die Förderverhältnisse sind, wenn man wirklich das Geld mal fokussiert? Es ist ja immer schwierig, ich finde Vergleiche immer schwierig, aber man kann es natürlich immer plakativ machen. Ich glaube, die Fördersumme des BMI in diesem Jahr in Deutschland liegt bei 276 Millionen Euro. Und wenn man dann guckt auf Texas Athletics, was ein Bereich der Uni Austin ist, die haben für ihre Sportförderung 178 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Das ist aber natürlich nicht gerecht, aber trotzdem bildet es gut ab, wie es ist in den Verhältnismäßigkeiten. Ich glaube, der gesamte Sport in den USA kann über 13 Milliarden Euro Fördergelder verfügen. Sicherlich auch ein bisschen anders aufgeteilt und sehr viel Profisport. Aber da merkt man dann eben auch, wo die Unterschiede liegen und warum dann die USA auch in dem Medaillenspiegel sehr, sehr weit vorne liegen. Sie sagten schon die kulturellen Unterschiede. Inwieweit ticken denn die USA anders in Bezug auf Leistungssport und auch die Anerkennung von Sport als Deutschland? Naja, da ist es halt tatsächlich so, dass die Erfolge das Entscheidende sind und dass da eben sehr stark darauf geguckt wird, wo die Teams landen, wie die Sportler sich entwickeln. Da gibt es nur Hop oder Top und dafür ist das System aber eben auch meiner Meinung nach deutlich überzeichnet. Also wenn ich sehe, was jetzt teilweise gerade an Honoraren für unseren deutschen Basketballer aufgerufen wurde, ich gönne ihm jeden Euro, aber wenn da von 225 Millionen Euro oder Dollar im Jahr die Rede ist, dann könnte man von der Summe eben alleine 150 weitere Sportler überleben lassen. Und insofern ist das System auch ein bisschen too much und wäre für mich jetzt auch kein wirkliches Beispiel. Aber es wird natürlich jetzt gerade in der Diskussion immer wieder ins Feld geführt. Und wir müssen, gerade wenn wir in Deutschland nochmal eine Olympia-Bewerbung in Angriff nehmen wollen, was ich mir sehr, sehr wünsche, müssen wir dahin kommen, dass den Sportlerinnen und Sportlern mehr Geld zur Verfügung steht, um sich auf ihre Sportarten zu konzentrieren. Und das ist eine gemeinschaftliche Anstrengung meiner Meinung nach. Das nützt überhaupt nichts, wenn das rein staatliches Geld ist. Da muss auch in der Wirtschaft der Wille sein, wie wir das jetzt in Hamburg ganz positiv im Kleinen ja hinkriegen, aber es muss im Großen der Wille sein, in die Sportarten, die nicht Fußball, Formel 1 oder ich sag jetzt mal Tennis sind, zu investieren und Talentförderung zu ermöglichen und den Sportlern, darum geht es ja, eigentlich nur zu ermöglichen, ihr Leben wirklich nur in diesen Jahren nur mit dem Leistungssport ausüben zu können. Und das ist halt wirklich im Moment nicht überall gegeben. Bevor wir zu einer möglichen deutschen Olympia-Bewerbung kommen, nochmal die Nachfrage in den USA auch zur Mentalität. Man hat dort ja auch schneller einen Heldenstatus. Es gibt mehr Verehrung, es gibt eine Hall of Fame. Das ist in Deutschland auch anders. Ja, das ist anders. Wir haben in Deutschland auch eine Hall of Fame des deutschen Sports, es ist aber, ich sag mal, mehr eine digitale Hall of Fame, wenn man es so will. In den USA ist das alles deutlich überzeichneter und eben auch diese Verehrung von ehemaligen Top-Sportlern ist ja enorm. Wie auch da, würde ich mir nicht unbedingt wünschen, dass wir genau dahin kommen, aber ein bisschen mehr unsere ehemaligen Sportler nicht nur zu würdigen, sondern sie tatsächlich auch als Vorbilder noch weiter zu nutzen, weil oft ist es so, wenn sie aus dem Sport raus sind, sind sie vergessen. Und das ist schade, weil die Unglaubliches erreichen. Das würde ich mir schon wünschen. Und dafür weiß ich nicht, ob es reicht, wenn man irgendwo eine Hall of Fame hat, wo man auch reingehen kann und sich die Leute angucken kann. Aber man muss mit diesen Sportlern auch über ihre Karriere hinaus mehr machen. Und man sieht ja in Deutschland, das sind nur ganz wenige, die dann tatsächlich noch weiter auch in Anführungsstrichen genutzt werden, um den Sport publik zu machen. Der Fußball hat es mit dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund gemacht. Wenn ich in die Landesverbände gucke, man geht beim Hamburger Fußballverband in den Eingangsbereich, da ist eine Tafel mit den Talenten des Jahres. Also eine gewisse Wertschätzung wird dem ja schon entgegengebracht, aber eben auch verkörpert. Man kann irgendwo hingehen und sieht es. Also der Weg ist doch nicht verkehrt. Oder wäre das schon überzeichnet? Nein, das ist sicherlich gut. Ich glaube zwar, dass es nur ein erster Schritt ist oder nur ein Schritt, den man gehen kann, der auch hier in Hamburg bereits angedacht wird, das weiß ich. Weil auch hier ist es so, wenn man hier mal danach fragt, welche Athleten waren eigentlich nach dem Krieg für Hamburg bei Olympischen Spielen? Es ist ganz schwer, an eine Auflistung zu kommen, weil das eben etwas ist, was bisher nicht so, in Anführungsstrichen, nicht so wichtig war. Es gibt bestimmt irgendwo eine Liste, aber man kann es nirgendwo nachlesen, auch im Netz nicht. Und das ist schade, weil das eben, es heißt immer, ein Olympiasieg macht einen unsterblich, das stimmt eben nicht. Das ist etwas, was man im positiven Sinne viel mehr nutzen müsste eigentlich. Kommen wir jetzt mal zur deutschen Olympianbewerbung. Eigentlich hätte 2024 ja auch in Hamburg, hätten die Olympischen Spiele ausgetragen werden können. Es ist damals an einer Volksabstimmung, ist die Werbung schon gescheitert. Nun soll ein neuer Anlauf unternommen werden. Hat sich denn die Stimmung gedreht? Müsste man es anders angehen? Ist es eine Kommunikationsfrage? Ist es eine inhaltliche Frage? Ist das aus Ihrer Sicht machbar? Und wenn ja, wie? Also ich bin zutiefst überzeugt davon, dass es machbar ist. Ich bin auch zutiefst überzeugt, dass es für 2024 machbar gewesen wäre. Ich war nicht sonderlich überzeugt von der Kommunikationskampagne, die damals gefahren wurde. Ich glaube, dass man die Bedenkenträger mehr hätte mitnehmen müssen, noch ein bisschen mehr hätte mitnehmen müssen, dass man noch ein bisschen mehr darauf eingehen hätte müssen, welche Vorteile die Stadt in der Infrastruktur und so weiter auch noch gehabt hätte. Beziehungsweise natürlich hat man das alles kommuniziert, aber ich glaube, dass man viele Leute nicht genug mitgenommen hat. Und am Ende ist eine Volksabstimmung auch immer ein ganz schwieriges, gerade in der Demokratie, wie wir sie haben, wo man es eigentlich nicht bräuchte, es ist immer ein schwieriges Instrument. Denn als Gegner einer solchen Idee gehe ich auf jeden Fall hin. Als Befürworter, wenn ich ohnehin sehe, die Bürgerschaft hat bis auf eine Enthaltung oder bis auf eine Gegenstimme, das unterstützt und überall steht, wir werden das, das machen wir auf jeden Fall, wir können das, wir wollen das, dann sehe ich die Notwendigkeit gar nicht, warum ich unbedingt meine Stimme abgeben muss. Ich bin mir also sicher, dass damals die Befürworter absolut in der Majorität waren, die haben nur nicht abgestimmt. Und da hätte man einen anderen Weg gehen müssen. Jetzt ist die Situation ein bisschen anders tatsächlich, weil es gibt ja bereits so Hüte, die im Ring liegen. München hat sich, glaube ich, committed. Rhein-Ruhr ist auch immer hart dabei und möchte gerne. Es wird jetzt viel von einer Achse Hamburg-Berlin geredet, die ich auch gut finde, mit Kiel als Austragungsort für die Wassersportgeschichte, also für Segeln und Windsurfen. Das ist dann nochmal ein bisschen was anderes, weil man natürlich dann nicht allein auf weiter Flur ist mit einer Bewerbung. Ich sehe da aber auch viele Vorteile. Und ich hatte ein schönes Gespräch neulich mit Erik Huber, Vorstand vom HSV, der das auch befürwortet und der schön sagte, wir müssen dann in Deutschland, wenn wir sowas wollen, den Mut haben, ein bisschen größer zu denken. Und ich finde, das sieht man jetzt in Paris. Die Franzosen hatten einfach den Mut, größer zu denken und machen das brillant. Also wirklich brillant. Das ist die größte und beste Stadtmarketing-Kampagne, die ich je gesehen habe, die es wahrscheinlich jemals gab auf der Welt. Und das müsste man nicht abkupfern, muss man nicht genauso machen, aber man kann sich viele Dinge daraus anschauen und ich glaube, dass Hamburg genauso von Olympischen Spielen profitieren könnte und auch als Co-Ausrichterstadt, bin ich mir ganz sicher. Also die Idee Hamburg-Berlin würde Ihnen auch zu sagen, man müsste dann halt nach den Sportstätten schauen. Was haben denn die Städte jenseits der Aufmerksamkeit davon? Also das Infrastrukturelle oder wo liegt man dort den Schwerpunkt? Auf jeden Fall. Also auch die Bewerbung 2024 war ja schon brillant mit dem Ausbau des Grasbrooks und einem grünen Sportzentrum unten am Hafen. Das wäre hervorragend gewesen, auch hinsichtlich Wohnungsbau im Nachgang und Ausbau der Verkehrsinfrastruktur etc. pp. Also ich glaube, dass da extrem viele positive Aspekte bei rumkommen, die man auch, wo es ganz schwer ist, die im Vorwege zu beziffern, aber wenn Spiele das gut nutzen, wie es London gemacht hat 2012, wie es jetzt auch Paris macht, die eine Stadt deutlich voranbringen können und zwar nicht nur ein bisschen, sondern das ist ein richtiger Boost. Ja, die Bewohner mitzunehmen, man hat es ja auch in Paris gesehen, wahrscheinlich in jeder Ausrichterstadt, es gibt Befürworter, es gibt Gegner. Man kann ja dagegen sein, aber ohne aktiven Widerstand zu leisten. Das ist sicherlich dann auch die Maßnahme, wenn es wieder zu einer Bewerbung käme. Sie sagen, eine Volksabstimmung sei im Grunde gar nicht erforderlich. Es ist meine Meinung. Ich glaube, man braucht für so etwas keine Volksabstimmung, wenn die politischen Entscheidungsträger den Mut haben zu sagen, wir sehen, dass wir das hinbekommen und wir sehen, dass wir daraus, dass es für unser Land große Erfolge bringt und uns weiterbringt, denn dafür sind sie gewählt. Deswegen ist eine Volksabstimmung natürlich immer das Instrument, um ganz sicher zu gehen, aber wie gesagt, ich glaube, dass sie in vielen Fällen eigentlich das falsche Mittel der Wahl ist. Wir haben es ja auch in München gesehen, auch dort gab es eine Volksabstimmung um die Winterspiele, auch das hat nicht funktioniert. Wenn die Politik es jetzt entscheidet, käme ja der nächste Punkt, die Finanzierung. Welche Rolle sollte oder müsste die Wirtschaft spielen, wenn man das nochmal in Angriff nehmen will? Ich glaube, dass sie eine große Rolle spielen muss und ich glaube auch, dass da eine Bereitschaft dazu da ist, weil es allein nur über staatliche Investitionen nicht funktioniert. Und es ist ja auch so, dass die Wirtschaft extrem davon profitiert. Letztlich ist das auch für die ein Boost und insofern, es muss einen Schulterschluss geben, dafür, gesamtgesellschaftlich, weil alle davon profitieren werden irgendwann. Paris hat es geschafft, wirklich ikonische Bilder schon bei der Eröffnungszeremonie zu produzieren. Aus Ihren Erlebnissen im Bereich Kommunikation. Kann man so etwas bis ins Detail planen oder muss man auch mal den Zufall herausfordern? Ich glaube, da war nicht eine Sekunde Zufall dabei, außer dass es wahnsinnig doll geregnet hat. Das andere war minutiös, sekündlich, millisekündlich geplant und war eine unglaubliche Show. Für den Fernsehzuschauer brillant, für die Athleten vor Ort nicht unbedingt. Aber das ist dann ein Randaspekt. Die haben auf dem Schiff gesessen, hatten nicht viel Kontakt zu anderen Nationen, was sie sonst im Stadion haben. Der Fahnenträger hat da irgendwo am Bug gestanden, statt mit der Fahne ins Stadion einzulaufen. Also das hat ja immer mehrere Aspekte. Aber wie die Franzosen es hingekriegt haben, diese dreieinhalb Stunden Show nacheinander in bester Abfolge hinzubringen, ist fantastisch. Und ich möchte gar nicht wissen, was das für ein Planungsaufwand war. Also die Storybooks, die Redaktionspläne dafür müssen Schränke füllen. Ist denn so eine erfolgreiche Inszenierung auch wieder ein Hoffnungsschimmer, dass nach den Spielen wieder die Mitgliederzahlen in den Vereinen ansteigen werden? Denn wir brauchen ja auch die Athleten. Und die Möglichkeit, sich anderweitig zu beschäftigen, die werden nicht weniger. Also sportliche Erfolge sind eigentlich immer ein Push für Mitgliedszahlen. Es ist ganz egal, wo man hinguckt. Ich bin mir zum Beispiel ganz sicher, dass nach der Goldmedaille der deutschen Frauen im 3x3 Basketball dort ein Riesenzulauf stattfinden wird. Die Frage ist immer, was ein Riesenzulauf ist. Wenn ich eine Sportart habe, die 100.000 Mitglieder hat, dann sind 5.000 Mitglieder ein toller Zuwachs. So, 5.000 Mitglieder im Fußball mit 20 Millionen Mitgliedern ist nichts. Also, und das Problem ist dann auch immer die Frage der Sportstätten. Habe ich überhaupt die Möglichkeit, 5.000 neue Mitglieder in meinen Vereinen und in den Sportstätten, die ich habe, unterzubringen? Also das ist alles, das spielt da alles mit rein, aber deswegen ist eben auch eine Planung von Olympia ohne eine Planung der Ausweitung von Sportanlagen insgesamt und die Kapazitäten für Mitglieder in den Vereinen funktioniert nicht. Aber dann muss man ja auch gerade den Vereinssport jenseits des Leistungssport und der Olympischen Spiele sehen, sondern sagen, die die positiven sozialen Aspekte des Vereinssports, die ja Deutschland eben durch diese gewachsenen Strukturen hat, die noch weiter zu betonen, wäre doch dann auch ein Teil einer solchen Kampagne, um wieder Olympische Spiele nach Deutschland zu holen. Und ja, ob es die Kampagne befördert, weiß ich nicht, aber das gehört auf jeden Fall dazu. Also letztlich ist in Deutschland der Sport so gewachsen, dass wir in den Vereinen die Kinder und Jugendlichen ausbilden und insofern gehört das mit rein. Und die Kinder und Jugendlichen, egal welcher Herkunft und welcher sonstigen sozialen Schichten, die Frage geht dann ja im Moment immer so Hand in Hand mit der Frage Bundesjugendspiele und Anerkennung von Leistungen. Was haben Sie dazu eine Meinung, die Sie äußern möchten? Ja, ehrlich gesagt, keine sehr dezidierte. Mit Bundesjugendspielen habe ich mich selbst immer schwer getan. Vielleicht liegt es daran, ob das noch ein wirkliches Kriterium ist, weiß ich nicht, aber letztlich ist es die Chance für Kinder und Jugendliche über den Vereinsrahmen hinaus Leistung zu bringen oder sich auszuprobieren. Und insofern finde ich es eine gute Ergänzung. Ich würde Ihnen aber jetzt keinen wahnsinnig hohen Stellenwert einräumen. Vielleicht tue ich mich da aber auch, vielleicht bin ich da auch falsch. Die Frage, wann der Übergang vom Schulsport zum Vereinssport in welcher Form stattfindet, ist ja ohnehin offen. Und die anschließenden Wettbewerber, die Paralympics, zeigen ja nochmal eine ganz andere Facette dann auch wieder. Auch das Leistungssport, aber eben mit Behinderungen. Aber diese Bandbreite dessen, was die Vereine in Deutschland ermöglichen, ist ja das, was auch zu unterstützen ist. Auf jeden Fall. Also das ist zum Beispiel bei uns in der Stiftung Leistungssport auch ganz klares Prinzip. Bei uns wird Olympischer und Paralympischer Sport eins zu eins im gleichen Maße gefördert. Und wir sind genauso stolz auf die Athleten und Athleten, die jetzt in ein paar Tagen dann in Paris die Paralympics bestreiten. Das sind im Moment leider nur fünf aus Hamburg, aber wir haben da unter anderem mit einer Parakanutin, Edina Müller, jemanden, der zum fünften Mal an Olympischen Spielen teilnimmt. Irre. die also auch als Fahnträgerin im Gespräch ist. Jetzt ist noch nicht klar, ob sie es wird, aber wenn es jemand verdient, hat dann sie. Insofern, das hat einen genauso hohen Stellenwert. Und wir hatten jetzt gerade die Mannschaft von Special Olympics Hamburg bei uns zu Gast in der Lounge, die letztes Jahr bei den World Games in Berlin auch exzellente Botschafter der Hansestadt waren. und wenn man sieht, mit wie viel Spaß die Sportler in dem Bereich unterwegs sind, dann kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, mal in den Bereich Special Olympics reinzugucken, weil das ist so unfassbare Begeisterung pur zum Anfassen. Das ist Wahnsinn. Wenn man jetzt wieder über eine Bewerbung nachdenkt. Sie haben sich ja in Ihrer Karriere bewusst nicht für den Funktionärsweg, aber auch nicht für den Parteienweg unterschieden, aber es müssen ja Sportfunktionäre und Parteipolitiker müssen ja zusammenarbeiten, um das hinzubekommen. Wie ist da das Spannungsverhältnis? Wer ist die treibende Kraft? Wie teilt man die Aufgaben, um so etwas gut hinzubekommen? Also im olympischen Sport ist es so, dass Funktionäre sowohl Hauptamtliche als auch Ehrenamtliche immer mitarbeiten. Diese Aufsichtsratsfunktion von Ehrenamtlern im Sport ist selten wirklich nur eine Aufsichtsratsfunktion, auch wenn sie es eigentlich so sein sollte. Aber man braucht auch deren Input, um olympische Fachverbände funktionieren zu lassen. Wir waren als Profis, die dann von außen dazu kamen. Wir haben halt über 20 Jahre Kommunikation für olympische Fachverbände gemacht, ebenso wie Eventmanagement. Sind wir dann nochmal so eine dritte Kraft und dann hat man eben die Athleten, die auch noch ihren Input bringen und letztlich wird alles getragen von den Vereinen, die die Säule da drunter sind. Also das hat immer seine Vor- und Nachteile, aber so funktioniert das System in Deutschland. Wenn man sich bewirbt, dann muss man ja aber auf höchster Ebene Überzeugungskraft haben. Wenn man an den Fußball-WM-Bewerbung 2006 zurückdenkt, man hat aus der politischen Führungsebene eine Fußball-Ikone. Man muss ja auch auf einer Ebene überzeugen, die emotionale Elemente aufweist. Kann man das einfach so oder muss man da auch coachen die betreffenden Personen? Also einfach so kann man das bestimmt nicht. Ob die Personen gecoacht werden müssen, das kommt ja immer darauf an, wie man dafür einsetzt. Es gibt ja Menschen mit einer sehr hohen Überzeugung im Sport, in Deutschland auch. Ich glaube, das würde schon funktionieren, aber es geht für mich eben wirklich nur, wenn man den Entscheidungsträgern, die danach entscheiden, ob Olympia nach Deutschland gehen könnte, wenn man ihnen aufzeigt, dass es hier perfekte Spiele geben kann und dass eben der Olympische Sport hier die perfekte Bühne kriegen kann. Im Idealfall ist das, was das Kriterium ist, warum Olympische Spiele vergeben werden. Und dazu gehört eine Bewerbung mit einer ausreichenden finanziellen Ausstattung, dazu gehört eine Bewerbung mit kreativen Ideen, wie man den Olympischen Gedanken weiterentwickeln kann und eine Bewerbung mit einem perfekten Sportstättenkonzept. Und das alles muss zusammenspielen und das ist wirklich etwas, was ein paar Jahre dauert, aber sich eben lohnt. Also die Ikone kann ja auch hinterher dann relativ schnell wieder fallen. Wir haben es im Fußball gesehen, was Franz Beckenbauer wieder erfahren ist und von daher ist es immer zweischneidig und keineswegs noch mal natürlich versuchen, Wettbewerbe zu bekommen, die man andere Mittel benutzt, aber eine gewisse persönliche Überzeugungskraft ist glaube ich schon, sie schadet nicht. Ja, also auf die Story mit Franz Beckenbauer würde ich ungern eingehen, da bis zu meiner eigenen Meinung. Es ist immer nicht gut, wenn man eine Person zu stark in den Fokus nimmt und ich glaube, das muss auf vielen Schultern lagern und gerade der olympische Sport zeichnet sich dadurch aus, dass er genug Vorbilder hat und genug Menschen in Deutschland, die Herausragendes erreicht haben und wenn man die zusammenbündelt und alle dafür begeistert, dass sie sich engagieren, dann ist das wahrscheinlich sowieso das gesündere Konzept. Die politische Ebene ist nun mal auch immer vorhanden. In Paris dürfen keine Sportler aus Russland dabei sein. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder auch kleinere Scharmützeln, manchmal nur kommunikative Art. Es geht um einen Boxer, eine Boxerin, eine Kontroverse. Wie sind Sie in der Vergangenheit so mit kommunikativen Krisen umgegangen? Das gehört dazu. Tatsächlich ist auch etwas, was mich dann irgendwann nach meiner Sportkommunikationskarriere bewegt hat, zu sagen, ich will jetzt nochmal mit Krisenkommunikationsangeboten in die Wirtschaft gehen, weil ich das immer als sehr befriedigend empfunden habe, mich mit einem Kunden, in Anführungsstrichen, das ist ja ein Sportverband auch, eines kritischen Themas zu bedienen und es dann gut über die Bühne zu bringen. Aber London 2012 war so ein Beispiel, da starteten wir mit der Krise, weil unsere Ikone Natascha Keller, Hockey-Ikone, Goldmedaillengewinnerin von 2-4, als Fahnträgerin für Deutschland ausgewählt worden war, in London ins Stadion einzumarschieren und am gleichen Vormittag das Internet explodiert ist, weil ein griechischer Blogger damals seinen Followern mal zeigen wollte, was passieren kann, wenn man ein Zitat einer Sportlerin aus dem Kontext reißt und es dann einfach so ins Internet stellt. Das hat er als Beispiel geschrieben, also hat gesagt, man könnte ja jetzt Natascha Keller, der deutschen Fahnträgerin, in den Mund legen. Ich gucke jetzt mal im Stadion in London, dass ich den Griechenen aus dem Weg gehe, die wollen alle nur unser Geld. Das war damals die Finanzkrise in Griechenland, wo es darum ging, dass die EU sie unterstützen müsste. Das haben dann aber Leute genau aus seinem Blog auch genau so ausgeschnitten und haben es überall ins Netz gestellt und ihre Facebook-Seite implodierte, also innerhalb von einer halben Stunde waren da hunderte von Einträgen mit Drohungen gegen sie, mit Drohungen gegen ihre Familie und wir haben das dann registriert. Sie war längst auf dem Weg bei ARD und ZDF beziehungsweise auch beim DOSB, um diese Fahnenträgerschaft am Nachmittag dann anzugehen, kriegte das natürlich auch mit und das hat sie wahnsinnig aus dem Konzept geworfen. Sie hat schon überlegt, ob sie überhaupt ins Stadion geht, weil sie Angst hatte, dass sie dort ausgepfiffen wird und wir haben dann gemeinschaftlich mit den Kollegen vom DOSB überlegt, wie kriegen wir es vom Eis und haben diesen Blogger in Griechenland ausgegraben, damals noch eher telefonisch und haben ihn dazu befragt und er hat halt erklärt, wie das zustande kommt und hat dann selbst nochmal einen Artikel geschrieben, dass das eben genau so ist, aber genauso nicht passieren darf und letztlich haben wir dann ein Delegationsfoto gemacht mit dem griechischen Fahnenträger, einem Basketballer und Natascha Keller, was wir vor der großen Kamera gemacht haben, vor der großen Bühne Olympia dort im Deutschen Haus beziehungsweise ich glaube damals sogar auf der Plaza, letztlich um allen Medien einmal aufzuzeigen, was da gerade passiert war und dass es keinen Hintergrund hat und so ist das Ganze vom Eis gekommen. Da sieht man mal übrigens, was soziale Medien für eine Macht haben, also und zwar, wenn es einem kleinen losgeht, kann es trotzdem die große Bühne betreffen und letztlich, ja, die größere Krise passierte dann nach dem Goldmedaillengewinn der deutschen Herren, das ist eine lange Geschichte, wo es hieß, die deutschen Herren hätten die MS Deutschland versenkt, hat uns mehrere Wochen und fast Monate begleitet und immer auch mit dem, ja, mit dem Ergebnis, dass die deutschen Herren nach wie vor als diejenigen bezeichnet werden, die sich nicht benehmen können und die MS Deutschland versenkt hätten. Wenn man da mal genau drauf guckt, gab es glaube ich ein paar Rotweinflecke auf einem Sofa und die dumme Idee der Belegschaft der MS Deutschland, das Teak-Deck als Raucher-Deck für den Abend zu nutzen. Sicherlich sind da ein paar Brandflecken entstanden, aber letztlich waren da nicht nur die Mannschaft mit 25 Leuten, sondern da waren mehrere hundert Leute, die gefeiert haben. Und damals war es tatsächlich so, dass ich sehr, sehr gerne diese Geschichte genutzt hätte, um den Hockeysport eine Bühne zu bieten und sie auszuschlachten, denn wir hatten alle Informationen. Wir wussten, dass das, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, eine PR-Kampagne für die MS Deutschland war, die ja verkauft werden sollte. Und da war auch die Idee, die noch ein paar Tage auf Rede zu bringen. Wir hatten aber auch gesehen, wie es am nächsten Tag da aussah. Nämlich da waren die Flecken längst entfernt und das Oberlicht, was durch die Faust eines deutschen Boxers übrigens kaputt ging, längst ausgetauscht. Also das ist etwas, da bin ich leider dann, wir hatten damals im Präsidium des Deutschen Hockeybundes mehrere Juristen und die Juristen haben gesagt, viel zu großes Risiko, keiner sagt ein Wort, die Jungs durften auch kein Wort sagen, wir durften nichts kommunizieren. Denn da ist mein Herz als Krisenkommunikationsexperte tatsächlich, der hat sehr gelitten und wir hätten eigentlich daraus was ganz anderes machen können. Da ist die Vorsicht dann der falsche Berater gewesen. Krisenkommunikation war anders. Ja. Zum Abschluss noch die Standardfrage. Wenn Sie drei Wünsche für die nächsten zwölf Monate frei hätten, was geschehen soll, was würden Sie sich wünschen? Oh, das ist spannend. Drei Wünsche für die nächsten zwölf Monate. Also ich würde mir wünschen, tatsächlich, wenn wir dann beim Thema bleiben, dass es einen Schulterschluss für die Idee einer deutschen Olympia-Bewerbung gäbe. Wir haben ja jetzt gerade schon, Frau Feser hat ja jetzt gerade die Absichtserklärung unterzeichnet, dass die Bundesregierung das auch unterstützt, was ich schon mal sehr gut finde, auch zum richtigen Zeitpunkt während Olympia, dass das als Idee vorangetrieben wird und man sich nicht sozusagen durch die unterschiedlichen Interessen in einer deutschen Bewerbung jetzt da Chancen wegnimmt, sondern das ein bisschen größer denkt. Ich würde mir wünschen, dass, auch wenn wir da wieder beim Thema bleiben, die Aufmerksamkeit für den Olympischen Sport durch die Olympischen Spiele wieder größer wird, und zwar über die Bühne Olympia hinaus, denn wenn man jetzt sieht, was ich halt großartig finde, die gesamte Gesellschaft wird bei solchen Olympischen Spielen abgebildet. Wenn man Fußball, ich weiß, Ihre Sportart, aber ich bin auch begeisterter Fußballgucker, aber wenn man sieht, dass bei Olympia ein afrikanischer Schwimmer im Vorlauf vom Publikum zum Zielblock getragen wird, weil er sonst fast ertrinkt, weil die Distanz doch ein bisschen groß war, wenn ich sehe, wie andere Sportler dort eben wirklich dadurch, dass sie dabei sind, gefeiert werden, wenn ich aber auch sehe, was dort an heroischen Sachen passiert, von der Goldmedaille 3x3 Basketball über Michael Jung, den ich bei der Vielseitigkeit in Lohmühlen 15 Jahre als Pressesprecher mit begleiten durfte, der da zum erfolgreichsten Fehlseitigkeitsreiter der Welt avanciert ist. Es gibt so viele Geschichten und so viele unterschiedliche Geschichten, da ist Olympia viel, viel spannender aus meiner Sicht als der Fußball. Das müsste halt besser transportiert werden und da müssen wir hinkommen. die Olympischen Sportarten müssten einfach wieder besser in den Medien transportiert werden und dann haben sie auch eine Chance, eine bessere Unterstützung zu erfahren. Ja, und als dritte, als dritten Wunsch, das ist schwierig, ehrlich gesagt. Gerne noch was Privates. Was Privates? Nur zu. Ich bin eigentlich total happy, wie es im Moment läuft. Dann muss es auch nicht sein. Dann muss ich es erstmal bei zwei Wünschen belassen. Herr Plaß, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke.